Moinsen, Mangers und Mangerinen. Heute gibt es noch einen Track Ride für den Nürburgring. Ich habe da mal so eine Runde zusammen gebastelt von 1.53.8 und die werden wir uns jetzt mal anschauen und ein bisschen analysieren. Und vielleicht hilft dir das da draußen, den Nürburgring ein bisschen besser zu meistern. Intro ab! Gucken wir uns doch erstmal die Runde an. Ich lasse das jetzt einfach mal völlig unkommentiert laufen. Du kannst es dir anschauen und dann werden wir mal ins Detail gehen, was wo an Zeit zu holen ist. Und was bei mir natürlich auch falsch gefahren wurde, denn man kann das Ganze auch noch weitaus schneller fahren als 1.53.8, die wir jetzt hier sehen. Also, geht's! Ich lasse das jetzt hier sehen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ist, wenn du die Bremse voll trittst, kannst du nicht lenken. Das Auto ist einfach ziemlich starr. Und wenn du lenken würdest, also wenn du wirklich mit aller Gewalt versuchen würdest, das Auto rumzukriegen, bricht es dir irgendwann aus. Deswegen ist eine schöne Grundregel für euch, je mehr du lenken willst, desto weniger musst du bremsen. Das heißt, wenn du von der Bremse runter gehst, kannst du lenken. Wie man hier auch sieht, die Bremse geht runter und die Lenkung geht immer mehr rein. Das heißt, wir bremsen uns in die Kurve, also wir versuchen auf den Apex zu bremsen. Was man hier aber auch schon deutlich erkennt bei mir, ich fahre sie hier sehr, 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 sehr eng. Man könnte sie ein bisschen weiter fahren und ein bisschen später einlenken und dann kommt man hier nicht so, naja, ich sag mal, so, so eng drauf, weil wenn wir jetzt mal gucken, wir wollen ja nach hier oben, also nach oben weg beschleunigen. Ich kann zwar hier schon, wie man sieht, aufs Gas gehen, aber ich muss natürlich deutlich mehr rumrudern. Ich muss richtig, richtig reinlenken, damit der Pot erstmal nach oben kommt. Das könnte man definitiv besser machen und da liegt auch ein bisschen Zeit, dass wir nach oben hin mehr Schwung kriegen. Da sind dann so die Feinheiten, die man später noch verbessern kann. Wenn wir jetzt hier weitergehen, sehen, das Auto ist jetzt runter von der Bremse, hat sich quasi reingezogen und wir können voll auf den Pinsel gehen. Der schiebt natürlich ein bisschen hinten, weil wir fahren am Limit. Das Auto drückt also und drückt und drückt und wir kommen dann oben auf die nächste Kurve zu. Ich mache ein kleines bisschen schneller. Für mich ist immer ein guter Anhaltspunkt, was Bremspunkte angeht oder was vom Gas gehen angeht, sind diese Verfärbungen hier. Wenn wir jetzt also mal ganz genau dorthin gucken, gebt mir mal eine Sekunde, wir fliegen mal ein bisschen nach oben, dann kann man das ein bisschen besser erkennen. Eine Sekunde. Hier sieht man an der Stelle so eine Verfärbung im Asphalt. Und das sind meistens, nicht immer, nicht immer, das sind aber gute Anhaltspunkte, ab wann man irgendwas ändern muss. Ja, und hier an der Stelle ist für mich immer so ein visueller Indikator, dass mein Körper, also mein Auge sieht das und spricht halt mit Händen und Beinen, dass ich an der Stelle vom Gas gehen muss, an der Stelle, damit ich in die Kurve reinrollen kann. Das heißt, wenn wir jetzt mal wieder auf die Verfolgerperspektive gehen und das hier unten jetzt mal ein bisschen verfolgen, sieht man, aha, Strich ist erreicht, Auge hat gesehen, kommuniziert mit Beinen und Händen, runter vom Gas. So, dann lasse ich mich hier reinrollen. Ich habe eben gerade, habe man noch gesehen, ich spule mal ein ganz kleines Stückchen zurück, eben gerade hat man gesehen, ich habe noch mal ganz kurz die Bremse angetippt. Wenn wir jetzt nach vorne gehen, in dem Tempo, hier sieht man unten rechts in der Ecke nochmal kurz die Bremse, ganz leicht getippt, damit sich ein bisschen die Kraft nach vorne verteilt und der sich in die Kurve reinschiebt. Hier auch nochmal ganz kurz die Bremse angetippt, weil ich sonst zu weit rausgekommen wäre. Lass das wirklich sehr eng am Curb laufen und fang dann wirklich ganz langsam wieder an, Gas zu geben. Die Kurve ist super, super schwierig. Also die erste Kombination auf dem Nürburgring, die hat es wirklich in sich. Also da kann man unfassbar viel Zeit liegen lassen. Auch hier oben, wenn man zu spät ans Gas geht, wenn man sich nicht traut, weil das Auto schiebt und man kriegt die Kurve vielleicht nicht richtig. Aber an der Stelle, für euch, und das ist auch zutreffend für jedes Auto, wenn du wirklich so das Gefühl hast, ich komme nicht so rum, kann es leicht und seicht nochmal die Bremse treten, weil dann zieht er sich nochmal schön so in die Kurve rein. Also seid nicht bremsfaul, ihr müsst schon ein bisschen arbeiten, um schnell zu fahren. Also es geht nur nicht mit 0 und 1, also voll bremsen und voll Gas geben, sondern einfach schön nochmal schleifen und dann kann man hier halt wie in der Kurve schön geschmeidig rausbeschleunigen. Ich habe es noch nicht geschafft, voll auf den Pinsel zu treten. Also mit Pinsel meine ich Gaspedal. Also wirklich volles Brikett rein. Da bin ich noch ein bisschen am Arbeiten. Könnte man eventuell noch ein bisschen Zeit holen, aber ich finde das für mich ein bisschen safer, um die Runde dann abzuschließen. Dann beschleunige ich hier oben einfach raus und versuche wirklich sehr weit, sage ich mal, zu kommen, dass ich unten für die nächste Kurve wieder einen guten Startpunkt habe, um diese dann vernünftig zu nehmen. Wir können jetzt mal die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen. Hier an der Stelle einen Bremspunkt zu finden, ist überhaupt nicht einfach, weil hier ist nichts. Also hier ist nichts, da ist nichts. Man kann eigentlich nicht wirklich schauen, weil wenn du da bremst, bist du ein bisschen zu spät. Wenn du hier bremst, bist du ein bisschen zu früh. Das ist hier wirklich eine Gefühlssache. Was ich gleich mal dazu sagen möchte, diese grünen Flächen auf dem Nürburgring sind ziemlich tricky. Hier kommt noch mal eine Kurve, da habe ich mich jahrelang nicht getraut, diese grüne Fläche zu nutzen, was aber gut ist. Hier in dem Fall ist das genau dasselbe. So gleich volles brikert reinbremsen auf der Grünfläche ist meistens ein bisschen heikel. Da muss man dann mal gucken, dass man sich so ganz langsam rantastet. Und hier auch an dem Bremspunkt, also ihr seht ja, wir sind sehr, sehr weit draußen. Das ist schon kurz vor Cut. Also zwei Räder sind noch draußen. Das ist schon ziemlich nah dran an Cut. Da muss man dann ein bisschen gucken oder Warning. Bei mir war es jetzt in dem Fall keine Warning. Hier kann man dann sehen, wir fahren drauf zu. Und für mich immer so als visueller Punkt, wenn ich anfange zu bremse, ist das Ende hier. Und dann programmiert man sich das so langsam ein, wo man denkt, dass das das Richtige ist. Ich mache das hier an der Stelle immer ein bisschen früher und lasse am Ende noch ein bisschen laufen, sodass ich ein bisschen schneller in die Kurve komme, weil Folgendes hier gleich passiert. Wir sehen, wir gehen auf die Bremse, wir fahren jetzt ein bisschen runter, gehen leicht von der Bremse runter, lassen ihn dann reinlaufen in die Kurve, wir schleifen halt ihn rein und dann gibt es hier an der Seite links, sieht man ja hier, sind so ein paar Steinchen. Und ich finde diese Steinchen, ich persönlich, sie helfen mir, ob das richtig oder falsch ist, kann ich auch nicht sagen, aber für mich ist das immer so ein, in meinem Kopf so ein Ereignis, was passiert, im Lenkrad, wo ich weiß, ah, okay, das gibt mir so ein Gefühl, als wenn es richtig ist, weil nämlich das Vorderrad jetzt gleich über dieses Curb rüberfällt und reinfällt. Und dadurch, dass es reinfällt, schiebt sich das Auto in die Kurve rein und kommt dementsprechend besser rum. So, wenn wir das jetzt mal sehen, wir fahren auf das Curb, jetzt nochmal ganz gleich ein bisschen anbremsen und jetzt ist er reingefallen und jetzt schiebt er sich so langsam um die Kurve und wenn ich merke, aha, ich komme so ganz langsam wieder hier an das Curb ran mit meinem linken Reifen, dann fange ich so ganz langsam wieder an, Gas zu geben. Und jetzt kommt der tricky Part dieser Kombination, den ich, keine Ahnung, 60, 70 Prozent treffe und dann nicht. Aus den folgenden Gründen, weil du wirst jetzt hier aus der Kurve raus beschleunigen und dann willst du ja gleich wieder rechts. Und es gibt so einen, es gibt so einen Punkt, ab dem schaltet man hoch und dann lässt man ihn einfach nur noch reinlaufen und dann kann man vorne in der nächsten Kurve ab dem Apex Gas geben. So, bei mir ist das jetzt, ich komme jetzt hier vorne raus und versuche mich ganz weit links zu positionieren. Dann gehe ich jetzt vom Gas runter, dann schalte ich hoch in den zweiten, lasst ihn wirklich laufen, nur mit ein bisschen Gas. Also man sieht, bei mir hier ist ein bisschen Gas dran, weil ich das Gefühl habe und das ist bei mir wirklich nur ein Gefühl, dass das Auto in dem Moment stabiler ist. Wie ihr jetzt hier aber auch seht, und weil wir ja bei Fehleranalyse sind, die Kurve ist wirklich sehr, sehr eng gefahren. Man könnte sie von hier außen noch viel besser anfahren. Und das ist die Schwierigkeit an dieser Kurvenkombination, über all diese Kurven, die nicht wirklich, sag ich mal, Bremspunkte haben oder Orientierungspunkte haben, sie kontinuierlich immer wieder richtig zu machen. Und bei mir ist jetzt in dem Fall, die Runde ist zwar schnell, aber sie hat noch viel mehr Potenzial, wenn man die Kurve beispielsweise von hier anfahren würde, von links, und dann mehr so rüberfahren würde. Weil jetzt haben wir nicht das Problem, wenn wir das so eng anfahren, müssen wir den Eimer ja auch erstmal rumkriegen in die Kurve, dass wir rausbeschleunigen können. Ich habe das jetzt hier in dem Fall so gelöst, dass ich aufs Körb gefahren bin und das Körb mir den Hintern so ein bisschen rumgezogen hat. Ist nicht optimal, nichtsdestotrotz einigermaßen schnell. So, jetzt sehen wir ja, nochmal ganz kurz ein bisschen angebremst, ganz, ganz leicht, dass er sich reinzieht. Und dann sieht man ja auch, wie der so über das Körb rüberrutscht, ja, und der Arsch so ein bisschen rumkommt. Und dann sollte man so, wenn man das einigermaßen trifft, sollte man ab hier schon wieder Gas geben können. Und dann geht man schön weit nach außen, so weit wie es geht. Da muss man dann natürlich auch ein bisschen Gefühl dafür entdecken. Er schiebt jetzt hier natürlich sehr über die Hinterachse. Mein persönliches Limit ist hier schon fast erreicht. Und ich versuche mich dann wirklich so weit, wie es geht, nach außen zu orientieren, dass ich hier wieder aufs Gas gehen kann. Das ist auch wirklich kurz vor Cut. Also das ist, seht ihr ja, die beiden Reifen sind noch einigermaßen drin. Aber dadurch, dass wir den so rumreißen müssen in der Kurve, treibt das natürlich sehr weit nach außen. Und wir müssen halt gucken, dass wir den irgendwie in irgendeiner Form wieder zurück auf die Bahn kriegen. So, die nächste Kurve ist, würde ich sagen, relativ simpel. Da können wir mal ein bisschen schneller reingehen. Da kann ich euch das dann nochmal zeigen. Für mich ist immer mein visueller Punkt. Also ich habe visuelle Punkte, wie ich vorne mit dem, in der ersten Kurve euch das schon erklärt habe, wo ich das sehe und mein Körper führt das aus. Und für mich ist das, in dem Fall ist das jetzt hier, ja, da weiß ich, okay, warte mal, hier kommt jetzt gleich eine Bremsung und dann ist hier vorne, und das zeige ich euch jetzt auch nochmal, hier ist ein schwarzer Punkt. der ist aber nachher nicht da. Der war für mich jetzt nur ein visueller Punkt. Aber hier sieht man ja, hier ändert sich ja der Belag und ab hier ist so ein Bremspunkt. Und dann ist für mich auch an der Stelle ein bisschen weiter hinten. Dadurch, dass ich jetzt den Honda fahre und wir eine Bremsbalance haben von 47,2, setze ich den noch ein bisschen weiter nach vorne und fange dort dann an zu bremsen. Und hier, was mir durch den Kopf geht, ist an der Stelle, ich sehe diesen Punkt, ich muss bremsen, ich muss in den dritten Gang, dann muss ich ihn laufen lassen und dann muss ich ihn ein bisschen stabilisieren. Und das werden wir jetzt sehen. Also wir fahren da jetzt drauf zu. Ich lasse das mal wieder in der Geschwindigkeit laufen. Man sieht jetzt den Punkt. Ich habe sogar an der Stelle sogar noch früher angefangen zu bremsen. Der Witz ist wirklich, wenn du im Auto drinnen sitzt, fühlt dich das immer viel, viel später an. Wenn du es dir im Nachgang anguckst, denkst du dir immer so, wow, ich habe hier viel, viel früher gebremst. Also für mich wirklich gefühlt, immer wenn ich fahre, bremse ich hier. Ab hier fange ich an zu bremsen. Stimmt aber gar nicht. Also man kann nachher auch noch, je nachdem, wie man sich nachher fühlt und wie man das hinkriegt, kann man das auch später machen. So, aber was ich jetzt gerade gesagt habe, ich gehe jetzt in den dritten Gang, ich lasse jetzt noch ein bisschen schleifen, lasse ich in die Kurve reinkommen, dann gehe ich runter und dann fange ich auch schon wieder an, seht ihr, ich fange schon wieder an, Gas zu geben. Einfach nur, um das Auto zu stabilisieren. Also nicht volle Pulle draufdrücken, sondern wirklich nur ganz leicht mit dem Gas spielen, dass das Auto sich fängt und nicht einfach irgendwie vor sich hinrollen kann. Und dann gehen wir da in die Kurve rein, geben immer so ein bisschen Gas und dann haben wir ab hier vorne, so ungefähr, wenn man das jetzt, sag ich mal, für sich visualisiert und ein gutes Gefühl hat, das ist viel, also fahren ist wirklich viel Gefühlssache, wenn du jetzt hier ein gutes Gefühl hast, dass du sagst, jo, ich komme um die Kurve rum, dann drückst du voll auf den Pinsel. Das Körb muss man nicht unbedingt mitnehmen, ist nicht so ratsam, wird man ein bisschen langsamer, also schöner wäre es jetzt auch, wenn man wieder ein bisschen weiter, weiter außen kommt, aber das ist nachher wirklich dann der Punkt, wo du die 52er attackieren wirst dann, dass du wirklich die Linie triffst und nicht unbedingt das Körb benutzt. Mir hat das Körb natürlich wieder, wie man sieht, sehr schön geholfen, mich hat das reingezogen in die Kurve und ein bisschen den Arsch rumrotiert, ist für mich jetzt in dem Fall sehr, sehr gut und ich benutze das auch relativ häufig, also Erhöhung wie Körbs, die mich dann in die Kurve reinschieben, wird auf Dauer ein bisschen ungesund für die Reifen, weil der schiebt ja auch die ganze Zeit immer über den Arsch, muss man dann für sich rausfinden, ob das passt oder nicht, ich komme damit relativ gut klar an der Stelle, aber ich bin auch ganz ehrlich, den Honda in der Pace, also diese 1,53,8, würde ich so nicht sehr, sehr lange bewegen. Also eine schnelle Quali-Zeit fahren ist ungleich Rennfahren, also im Rennen fährt man ein bisschen mehr Piano. So, wir sind also wieder voll auf dem Pinsel, wie man sieht, drückt der auch schön weit raus jetzt an der Stelle, also wir nutzen die ganze Strecke aus, weil wir haben ja auch die ganze Strecke bezahlt, nicht wahr, also nutzen wir auch die ganze Strecke und jetzt ist hier vorne das Körb für mich wieder so ein visueller Punkt. Ich würde fast meinen Arsch drauf verwenden, wir sind wieder ein bisschen früher auf der Bremse, aber das ist für mich mein visueller Punkt, wo ich sage, mhm, da muss ich rauf. Und hier ist noch eine Kleinigkeit dabei, die ich persönlich sehr schön finde, hier gibt es auch einen visuellen Punkt fürs Rausbeschleunigen, den zeige ich euch gleich mal, weil es gibt nicht nur Punkte zum Bremsen, aber tatsächlich, guck, wir bremsen sogar wieder viel, 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 viel früher. Wir bremsen, also hier wäre für mich theoretisch visuell der Bremspunkt, aber ich bremse ein bisschen früher und das kommt nachher dann, wie ich schon sagte, mit dem Gefühl, das sind ja nur optische Punkte für dich. So, und hier ist eine, das ist eine sehr, sehr schöne Kurve, weil in die Kurve muss man sich tatsächlich reinbremsen, wie man sieht, wir schieben den jetzt richtig schön um die Kurve und dann kann man hier folgendes sehen, das zeige ich euch jetzt mal einen kleinen Moment, wenn wir jetzt mal hier wieder aus dem Auto rausgehen, dann kann man hier, wenn wir, Moment, ein bisschen hochgehen, sieht man, ein bisschen ein Stück nach vorne, dann sieht man hier unten auf dem Boden, das sieht man von oben gar nicht, das ist ja sehr witzig, dafür müssen wir ins Auto gehen, weil hier sind nämlich so zwei kleine Knicke, also die sind im Curb drin, wenn wir uns jetzt mal hier reinbewegen, dann zeige ich euch die mal visuell, dann haben wir jetzt hier so ein ganz, ich kann euch das gar nicht erklären, für mich ist das immer, wenn ich die, wenn ich die sehe, also wenn ich diesen Punkt sehe, dann kann ich rausbeschleunigen. So, das heißt, wenn wir jetzt hier reingehen, dann ist hier so ein, so ein etwas, ja, ich sage mal, rabiatere Knick, ne, also von der weißen Linie her und der hat sich bei mir visuell so eingebrannt, dass ich ab hier dann sage, so, okay, hier muss ich dann schon wieder auf dem Füller stehen, ne, also hier sieht man das auch und da wird dann gleich rausbeschleunigt. Wir gehen nochmal ein Stück zurück, dann könnt ihr mal so die Form des Curbs sehen, rechts an der Seite, ne, hier sieht man ja diesen, diesen etwas üppigeren Bogen, möchte ich mal sagen und wenn man jetzt das mal durchlaufen lässt, und das mal miteinander vergleicht, hier mit dem Gaspedal, ja, dann wird man jetzt sehen, okay, der Punkt ist visuell, ist er da wieder? Okay, ab hier muss ich auf den Pinsel gehen und das Schöne an der Kurve ist, was man hier halt wirklich lernen kann, ist der fließende Übergang zwischen Bremse und Gas und in den meisten Kurven, die man fährt, hat man wirklich einen fließenden Übergang, das heißt, wenn man sich jetzt mal die Telemetrie angucken würde und wir hätten eine Eingabekurve für das Gas und wir hätten eine Eingabekurve für die Bremse, dann wären wir jetzt, sage ich mal, wäre das jetzt hier die Bremse und wir würden die Bremse lösen und von unten würde das Gaspedal kommen und es gibt immer so einen kreuzenden Punkt, ne, das heißt, wenn wir uns das jetzt hier nochmal angucken in dem Moment, bevor wir voll auf dem Pinsel sind, einen Moment, dann sieht man hier, wir sind noch auf der Bremse und dann gehe ich von der Bremse runter und ich habe einen fließenden Übergang, zack, bin ich schon wieder auf dem Gas und das ist eine sehr schöne Kurve, um das zu üben, hier gibt es zwei Stück auf dem Nürburgring, meine Lieblingskurve, die letzte, die ist wirklich wundervoll, wenn man die fahren kann, das gibt einfach so ein richtig erfrischendes Gefühl, aber dazu kommen wir gleich nochmal, wollen wir hier halt, in dieser Kurve, als auch in den späteren, wollen wir immer erzielen, wir wollen von der Bremse runter, wir wollen aufs Gas rauf und das muss ein fließender Übergang sein und dann ist es nachher fast, sag ich mal, perfekt, wenn die Linie stimmt. So, wir gehen jetzt hier wieder auch nach ganz außen, also wir nutzen die ganze Strecke aus, so gut es geht, manche Autos finden das hier draußen nicht so schön, ist auch bei Regen nicht unbedingt empfehlenswert, da muss man dann die Linie ein bisschen anpassen auf Regen, wir machen das ja jetzt im Trocknen, weil das könnte Probleme geben, das eine oder andere Auto wird das wahrscheinlich wegstecken können, wie der Aston Martin vielleicht, die alte Regenmaschine oder der BMW, aber mit dem Honda, würde ich davon Abstand nehmen. So, wir fahren dann schön weit nach außen und dann fahren wir zu der Kurve da unten und bei dieser Kurve gibt es so eine Besonderheit, weil die kann man nicht nur in einer Ausführung fahren, sondern in zwei. Ich fahre eine davon und die andere ist mir ein bisschen unsympathisch, zeige ich euch gleich auch, sage ich euch auch gleich, warum. So, dann bewegen wir uns hier runter, dann fahren wir die gerade runter und dann sehen wir hier so ein paar Riffel, also visuell, ich fliege da jetzt mal hin, also Riffel im Sinne von Verfärbung, die kann man hier sehen, also hier ein, zwei, drei, vier, fünf und der erste ist für mich immer so ein visueller Punkt, da müsste ich jetzt mal bremsen. Den sieht man auch im Dunkeln, jetzt kommt aber der ganze, jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache, ich bremse A früher, hundertprozentig bremse ich früher, kann ich aber jetzt schon sagen, aber für mich ist das wieder so ein visueller Punkt, ne, Körper wird Bescheid gesagt, aha, das sehe ich jetzt, da muss ich rinnen und auf die Bremse treten. Den sieht man auch im Dunkeln, problematisch wird es erst, wenn die Strecke auf grün steht, weil dann wirst du es nicht sehen, weil das ist ja hier der Reifenabrieb, der entsteht dadurch, also der kommt ja erst bei Optimum, der Reifenabrieb, ne, so, wenn wir jetzt also hier wieder hingehen, würde ich sagen, bremse ich so ungefähr hier, an der Stelle. Hier ist noch nicht ganz so viel, also da, wo das Stück Schwarz links anfängt, ne, so, das werden wir wahrscheinlich treffen, siehst du, an der Stelle schon wieder viel, viel früher auf der Bremse, ist halt nur ein visuelles Zeichen, der Rest fühlt sich dann, fügt sich dann von alleine zusammen, also wenn man Menschen oder wenn man bei einigen Leuten sich die Bremspunkte anguckt, kann man die nicht sofort übernehmen, ne, also es wird hundertprozentig Menschen geben, die da vorne bremsen, die haben aber weitaus mehr, äh, Fähigkeiten, das Auto zu bewegen, am Limit und auf der Bremse, ne, also hier wieder visueller Punkt, da vorne, und dann volles Brikett rein, ähm, und dann ist bei mir die Besonderheit, also nicht Besonderheit, die eine Art, wie ich diese Kurve fahre, ich fahre sie wirklich sehr, sehr eng. Es gibt noch die Möglichkeit, sie in, in einer Art, sag ich mal, V zu fahren, aber hier auch, ne, wir bewegen uns sehr weit außen, bremsen uns jetzt voll in die Kurve rein, wir gehen jetzt hier auch schon weiter runter, äh, von der, von der Bremse, damit wir uns schön reinlenken können, sind aber immer noch weiter auf der Bremse, immer mehr und mehr, jetzt gehen wir runter, und lassen den ein bisschen laufen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, noch ein Stückchen, bis zum folgenden Punkt, wenn ich das hier sehe, also hier drinnen, das ist wieder so ein visueller Punkt für, ich muss jetzt raus beschleunigen, hier ist ein Stück, wo so ein großes, naja, ich sag mal, ein größerer, hellerer, äh, Fleck drin ist, und da ist für mich dann so der Punkt, wo ich sage, wenn ich den sehe, aha, jetzt muss ich langsam wieder Gas geben, und dann sieht man ja hier auch, komme ich ganz langsam wieder auf den Pinsel, ich mache nochmal ein bisschen weniger, weil, ich war ein bisschen zu voreilig, am Gas, und dann gehe ich einfach wieder voll drauf, ähm, das ist auch eine Sache, die wird man mit der Zeit lernen, hier sieht man auch, dass die Kurve nicht optimal getroffen ist, ich hätte noch ein bisschen, so eine ganz kleine Note, länger laufen lassen sollen, vielleicht nochmal ein bisschen die Bremse antippen, damit ich besser rauskomme, weil der Austrittswinkel aus der Kurve ist nicht wirklich sehr, sehr gut. So, jetzt kommen wir aber nochmal ganz kurz, äh, zur zweiten Variante, die ich euch, äh, visuell mit meinem Mauszeiger zeigen möchte, weil das geht nämlich auch, und das ist auch zügig, das ist nachher dann persönliche, oh, da waren wir ja, da sind wir ja schon fast auf der Nordschleife, Moment, haha, naja, das war jetzt aber nicht so gut, so, genau, so machen wir das, und zwar, hätten wir jetzt die Möglichkeit, wenn wir noch ein Stück zurückgehen, die Kurve in so eine Art V zu fahren, diese Möglichkeit gibt es auch, dass man hier, also wirklich gerade, sag ich mal, reinfährt, bis hier, und sich dann runterfallen lässt, das heißt, einfach so eine richtig schöne, ja, ich sag mal, Schreibschrift, V-Bogenlampe, so um die Kurve rum, warum ich das nicht mache, ist ziemlich simpel, weil das immer so ein bisschen dem Hintermann suggeriert, ich hab mich verbremst, die Tür ist gerade offen, und Nürburgring ist wirklich eine sehr populäre Strecke auch, das fahren sehr viele Menschen, und sind auch sehr, sehr schnell, und da wird wirklich jede Ritze wird genommen, das heißt, wenn wir jetzt mal hier, äh, weiter gucken, äh, da war ich ein bisschen zügig, hier haben wir mal ein Stückchen vor, so, wenn wir jetzt hier mal gucken, bei mir ist das halt wirklich, wir fahren, wir bleiben am Körb dran, also da kann keiner irgendwie in das Loch rein, oder irgendwie dazwischen, und dann würde man ab hier zum Beispiel, würde man an der Stelle sein, also es würde noch ein Auto dazwischen passen, ich möchte diese Tür aber persönlich nie auflassen, damit da keiner reingehen kann, weil für mich ist das nämlich immer, bei mir ist das nämlich auch schon passiert, jemand fährt diese andere Linie, und dann sag ich mir so, na, Feuer frei, da gehen wir halt drin, äh, deswegen bleib ich lieber bei der Variante, wo ich hier direkt am Körb dran bleibe, und mich da ran schmiege, welche von diesen beiden Varianten nun langsamer oder schneller ist, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen, also ich habe keinen direkten Vergleich, weil ich mir das andere gar nicht erst wirklich angewöhnt hätte, ich habe es ein, zwei Mal probiert, fährt sich wirklich sehr schön, das ist so ein bisschen, ja, wie soll ich das beschreiben, wie so Bumerang, man haut sich so richtig in die Kurve rin, und dann fühlt sich das so an, als wenn man einfach so zack, wieder reinfällt, und dann kann man Gas geben. Kommen wir mal zum Schumacher S, das ist die nächste Kurve. Die ist eigentlich relativ simpel, es gibt Autos, die da voll durchfahren können, es gibt Fahrer, die da voll durchfahren können, ich schaffe es nicht. Ich habe es mit dem Honda mal geschafft, aber nicht mit dem Setup, weil das ist wirklich geistesgestört, also es ist schwierig, das zu fahren, ich musste da auch ein bisschen, ein, zwei Dinge machen, im ABS, also im ABS und TC, und auch beim Motor Mapping, damit das nicht ganz so aggressiv ist, also das ist schon wirklich ein sehr, sehr spitzes Setup, und das zu fahren, am Anfang könnte sehr frustrierend sein, da sollte man dann vielleicht doch ein bisschen mehr TC zugeben, und vielleicht das Motor Mapping noch auf eins drehen. So, für mich ist jetzt wieder hier, das ist so ein visueller Punkt, hier sieht man wieder diese Verfärbung, das ist am Anfang, würde ich euch auch empfehlen, wenn ihr Strecken lernt, immer auf Optimum zu fahren, also Streckenverhältnisse, damit ihr diese Unterschiede seht, auf dem Asphalt. Also für mich ist jetzt hier, an der Stelle, mit dem Honda, ich finde es gut, vor dem Schuhmacher S zu lupfen. Es gibt hier Menschen, die lupfen im Schuhmacher S, ich persönlich finde es mit dem Honda besser, vor dem Schuhmacher S zu lupfen. Das heißt, ich orientiere mich so ein bisschen, weit nach außen, aufs Körb, damit ich so viel, so einen, sehr guten Kurvenradius kriege, und dann wird man gleich sehen, gehe ich kurz vom Gas, lasse mich hier reinfallen, Oh, dieses Mal gehe ich sogar, naja, doch vorher so ein bisschen, leicht nochmal auf der Bremse, damit er sich so reinzieht. Das ist übrigens, das ist nicht immer gewollt, muss ich dazu sagen. Ich habe auf meiner Bremse immer noch keine Dead Zone eingerichtet, weil manchmal bin ich so ein bisschen, so ein bisschen zaghaft, möchte ich sagen, und dann bremse ich aus Versehen. Wobei ich auch immer wieder feststellen muss, dass das gar nicht so doof ist, weil vielleicht hat es mir jetzt gerade den Arsch gerettet. Also ich stehe wirklich hier, an der Stelle nochmal ganz leicht auf der Bremse, muss man nicht, geht alles ohne Bremse, ja, aber man sieht ja, es wird gerade gelupft, ein bisschen, ganz leicht, nochmal auf der Bremse, dass er so reingeht, in die Kurve, dass wir hier oben wieder rauskommen. Ist auch wieder, sieht man, nicht optimal getroffen, schiebt schon sehr weit nach draußen, also da liegt nachher natürlich auch noch Zeit. Was man machen kann, was auch eine Option ist, wenn man mal so das Gefühl hat, ich komme da doch nicht wirklich so gut hoch und ich bin vielleicht ein bisschen zu schnell, könnte man das Curb anpeilen. Weil Curbs, wie ich vorhin schon mal kurz in der anderen Kurve erklärt habe, die ziehen die richtig schön mit in die Kurve rin, weil vorne geht er hoch und hinten kommt der Arsch rum. Ist nicht so gesund für die Reifen, ist mal so eine Notlösung, wenn es sein muss. Empfehlen würde ich es nicht, weil auf Dauer, wie gesagt, die Reifen werden das nicht so gut finden. Hier sieht man auch an der Stelle wieder, wie gesagt, es geht sehr weit raus, aber ist beim Schuhmacher erst nicht ganz so schlimm, weil hier kann man das Grün mitnehmen. Im Regen, nee, nicht zu empfehlen, außer du bist wirklich, du kannst dein Auto beherrschen. Es gibt Menschen, die fahren hier rüber im Regen, die haben dann aber Boils of Steel und fahren wahrscheinlich so ein bisschen auch ein Setup, weil es für den Regen nicht so verkehrt ist. Ich würde es im Regen nicht tun und ich meide das auch so gut es geht. So, dann beschleunigen wir hier wieder schön raus an der Stelle und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe. Grünflächen sind mit Bremsen eigentlich eher so mäh. Das hier habe ich jahrelang, wirklich jahrelang gemieden, weil das sehr, 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 sehr komisch ist, damit umzugehen. Also für mich, wie wir jetzt hier gerade sehen, sind ja auch hier wieder visuelle Punkte und ich bin früher wirklich nur hier gefahren, auf dem Asphalt. Also ich habe nicht das hier drüben mitgenutzt. Habe ich nicht. Aus dem folgenden Grund, weil das sich anfühlt, als wenn du mit einem Schlitten fährst. Also du bist auf so einer richtig rutschigen Oberfläche und du hast keinen Grip. Also irgendwie ist auf einmal, selbst beim Bremsen fühlt sich das Lenkrad super, super leer an, möchte ich sagen, und kein Force Feedback. Du könntest das irgendwie gefühlt mit so zwei Händen, könntest du das lenken. Und ich habe das sehr, 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 sehr lange vermieden, bis ich irgendwann mal den Trick gefunden habe, wie das funktioniert. Und ab da an habe ich festgestellt, holy guacamole, da liegt eine Menge, Menge Zeit. Also hier wieder auch der visuelle Punkt, der Asphalt. Man kann ein bisschen später bremsen. Für mich ist das immer hier einigermaßen passiv, weil ich fahre die Kurve auch nicht ganz voll. Und dann fahre ich hier raus auf das Grün und dann bremse ich hier schön volles Briket auf dem Grün an. Und jetzt kommt eine schöne Sache, die versuche ich euch jetzt mal so gut, wie es geht, zu erklären, was im Lenkrad passiert. Also, wir fahren da jetzt drauf. Hier hast du volles Briket Grip. Also du, das Lenkrad ist voller Force Feedback. Auf einmal verschwindet das Force Feedback, dann weißt du, du bist auf dem Grün. Dann musst du langsam die Bremse lösen und dann fährst du runter und auf einmal merkst du, wie so ein richtiger Hammer in dein Lenkrad kommt, dass da auf einmal wieder Grip da ist, weil du merkst, dass du wieder auf den Asphalt kommst. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, wenn du das irgendwann gemeistert hast, macht das richtig Spaß. Weil das ist kurz so kompletter Kontrollverlust, oh, rutschi schmutschi und dann auf einmal, bam, ist der Grip wieder da. So, das heißt also, wir gehen hier ruf, wir bremsen voller Esse, wir gehen langsam runter und da pier, zack, hast du wieder Grip. Also bei mir ist es jetzt sogar noch verkürzt, ist nicht schön, ist nicht optimal, kann man viel besser fahren, also schön noch ein bisschen geschwungener, dass man hinten rauskommt. Aber ich trau mich, das noch nicht so lange zu rutschen. Also man könnte auch bis hier fahren und dann rumgehen, aber dafür habe ich jetzt noch nicht wirklich den Bremspunkt gefunden. Das sind dann so Sachen, die man noch optimieren kann, um noch schneller zu werden. Ich peile dann immer so ein bisschen das Curb an, lenke dann auch nach innen. So, hier merkt man so, man hat Grip, das Auto schiebt schon ordentlich, das kommt in die Kurve rein und dann kann man hier auch auf den Scheidepunkt, kann man wieder schön aufs Gas gehen. Es ist rutschig, sage ich euch gleich. Also das Auto wird rutschen, es fühlt sich nicht so an wie andere Kurven, kann ich euch aber nur empfehlen, das gleich zu meistern, weil da wirklich eine Menge, Menge Zeit liegt. Weil da hinten, also in der nächsten Kurve, kommen wir auf eine lange, lange Gerade und da wollen wir richtig Dunst auf dem Kessel haben. So, dadurch, dass ich jetzt natürlich keinen wunderschönen Kurvenradius gefahren bin, bin ich jetzt sehr weit auch nach außen gerutscht. Man kann noch weiter rausfahren, im Regen, wie gesagt, ein bisschen Piano vorsichtig. Bei mir hätte es noch ein bisschen geschwungener sein können, die Kurve, und ein bisschen gebogener, aber hat jetzt hier an der Stelle funktioniert. Und dann fahre ich jetzt hier so gut wie es geht, wieder nach links außen und dann sieht man hier wieder die Verfärbung. Man könnte jetzt sagen, hier Anfang Curb, wenn es dunkel ist, kann man das Curb ein bisschen besser sehen oder man nimmt das, für mich ist das immer hier ein guter Punkt. Und die Kurve macht richtig Spaß, finde ich, weil es ist jetzt, werden wir gleich sehen, hier der visuelle Punkt, kurz in die Bremse treten, runterschalten und laufen lassen. Lass ihn einfach schön in die Kurve reinlaufen und dann kannst du volles Brinkett auf dem Pinsel. Die Kurve ist super, super, super wichtig. Wenn du die Kurve verkackst, verlierst du Plätze, weil sie hat eine lange Gerade im Anschluss. Hier vorne kann, also hier vorne können sie dich schon überholen, ne? Die meisten gehen aber auf die lange Gerade. Das heißt, diese Kurve, die solltest du meistern, weil du willst hinten raus, willst du richtig Dunst auf der Geraden haben. Das heißt also, wenn du hier reinfährst, solltest du für dich selber vor deinem geistigen Auge visualisieren, aha, wann muss ich bremsen und wann schalte ich runter. Ne? Hier sieht man wieder für mich, das ist der visuelle Punkt. Ich fange wieder ein bisschen früher an zu bremsen, trete kurz rein, also es ist wirklich nur kurz, auch vom Gefühl, das Auto geht im zweiten Gang in die Kurve, ich korrigiere nochmal ein bisschen nach, dass es sich reinzieht und dann gebe ich oben schon wieder Gas. Also ich versuche in der Kurve so früh, wie es nur geht, schon ans Gas zu gehen, damit ich unten raus richtig Schwung habe. Ich gehe jetzt natürlich auch sehr, sehr weit. Man kann das auch im dritten fahren, das ist auch okay. Also es gibt auch sehr schnelle Fahrer, die fahren das Ding im dritten. Für mich ist das immer, wenn ich runterschalte, habe ich das Gefühl, auch wenn es nicht der Fall ist, habe ich mehr Gefühl und der dreht sich durch die Motorbremse noch ein bisschen mehr mit ein, sodass ich dann Gas geben kann. Wir gehen jetzt dann natürlich auch wieder schön weit raus. Wir nutzen die ganze Strecke, sind dann unten schon wieder im dritten Gang und ballern jetzt erstmal schön die Geradehunde. Volles Brinkett. Und hier willst du dann ordentlich Geschwindigkeit haben. Und ihr werdet lachen, selbst in meinen Runden, ich bin vorne 54, äh, 54,2 gefahren im Training, also ich habe ja vorher noch ein bisschen trainiert, und dann habe ich diese Kurve einmal richtig getroffen und ich hatte zwei Hundertstel mehr im Delta. Nur von dieser einen Kurve auf der Geraden. Weil wenn du hier richtig viel Geschwindigkeit verlierst, verlierst du unglaublich viel Zeit. Dann fahren wir hier einfach runter auf die, äh, auf die Gerade zu und dann kommt die letzte Schikane und die hat es ein bisschen in sich, wenn man, naja, ich sag mal, wenn man sich nicht traut, das ist hier immer so ein bisschen, ja, das ist schon so ein bisschen eine Mutprobe, möchte ich mal sagen, weil sich da richtig reinzufeuern in das Ding, da muss man schon wirklich sagen, alles klar, jetzt geht's los. Für mich jetzt hier und für euch auch wieder, hier ist eine Verfärbung drin, hier vorne, ne? Die kann man ja, äh, deutlich erkennen, da hinten ist es ein bisschen dunkler beim 50-Meter-Shield. Das ist wieder mein visueller Punkt, bremsen. Und hier ist für mich wieder der Ablauf, ich sehe das, aha, ich muss in den dritten Gang und ich muss gucken, dass ich in die Kurve reinkomme. Hier wird nicht viel gebremst, also, für meine Verhältnisse, da sag ich mal, wird nicht viel gebremst, sondern du bist halt, äh, fährst auf den Punkt zu, du siehst den Punkt visuell, ne? Ich fange jetzt schon wieder an zu bremsen. Natürlich, wie gesagt, ist es ein bisschen früher, das kommt nachher so mit dem Gefühl, immer visuelle Punkte und dann gehe ich runter in den dritten, also so schnell wie es geht in den dritten und sobald ich im dritten bin, gehe ich runter von der Bremse und lasse ihn da reinlaufen. Und hier auch, man sieht, ich gehe schon wieder ans Gas ran. Also, ich habe die Bremsung, habe ich nur vorbereitet, dass er sich so reindreht in die Kurve und dann gehe ich schon wieder, damit er sich ein bisschen stabilisiert, wieder an das Gas ran. Ist nicht perfekt, man könnte hier auch noch wieder ein bisschen, ein bisschen seitlicher fahren, ne? Aber dadurch, dass der Honda hier sehr verzeihlich ist, wird man gleich sehen, wir nehmen richtig schön mit Schmackes ein bisschen Curb mit. Also, das ist schon, wie man sieht hier auch, sehr nah an der Kotzgrenze, also noch ein Stück rüber und dann gibt es einen auf den Deckel von der Rennleitung und dann sieht man hier, also ab diesem Punkt, wenn ich hier diesen Punkt passiere, möchte ich wieder aufs Gas gehen. Also, für euch vom Gefühl her, ne? Wenn ihr solche Kurven fahrt oder gerade in diesem Moment die Kurve fahrt, solltet ihr mal so bremsen, dass ihr ab hier wieder Gas geben könnt. Dass ihr hier wieder volles Brikkerdruf auf dem Pinsel. Manchmal muss man ein bisschen nachkorrigieren. In der Regel geht's. Guck mal, jetzt sind wir hier wieder in der Mitte der Kurve, das ist auch sehr knapp, sind wir schon wieder auf dem Pinsel und dann nehmen wir rechts wieder den ganzen Curb mit. Das Auto, hi, das Auto wird sehr, sehr unruhig an der Stelle. Also, es wird schieben und es macht viele Sachen im Lenkrad, aber ihr müsst der ganzen Sache vertrauen. Hier ist halt, wenn du hier rauskommst, musst du dir das so vorstellen, dass du wie in Eau Rouge die erste hoch, also die erste Kurve hochfährst und sie schiebt so ein bisschen nach außen. Du willst eigentlich, dass er nicht wirklich nach außen will und lenkst dann halt gegen. Und dann drückt er sich richtig schön durch die Kurve nach oben und wieder raus. Dann werdet ihr hier vorne vom Körper runterrutschen, das merkt man dann auch im Lenkrad und dann kriegst du wieder Grip. Und dann kannst du halt volle Esse schieben nach vorne. Und jetzt kommt meine liebste Kurve. Die feier ich einfach so sehr und die gibt's auf dem Ungaro-Ring und die gibt's hier. Weil das fühlt sich immer an wie so eine Steinschleuder oder Zwille. Du holst halt aus und du feuerst so einen Stein und der geht volles Brikett geht der steil und hier fühlt sich das für mich. Ich weiß immer noch nicht, ob das richtig ist, aber ich fahre diese Kurve so. Ich schmeiß den Potter einfach nur in die Kurve rein, lass den hochlaufen und dann trete ich gleich wieder aufs Gas. Ich nehme jetzt hier ein bisschen Körb mit. Für mich auch an der Stelle wieder der visuelle Punkt hier. Da muss ich anfangen zu bremsen. Es wird wahrscheinlich wieder ein bisschen früher sein. Manchmal ist es ein bisschen später. Aber hier ist halt wieder so der Punkt Aha, ich sehe es, meine Füße führen das aus, was sie ausführen sollen und meine Hände machen dann den Rest. Und dann fahre ich hier auf die Kurve zu und dann schalte ich jetzt, bin ich schon im dritten? Obwohl ich hätte, Moment, das müssen wir kurz gucken, wir waren gerade auch im vierten, nehme ich an, oder? Oder bin ich jetzt bescheuert? Sind wir bis im vierten hoch? Nee, tatsächlich nicht. Wir sind im dritten weitergefahren. Ah ja, gut. Dann war ich an der Stelle ausnahmsweise mal clever, weil normalerweise schalte ich in den vierten, aber dieses Mal habe ich es mir geklemmt und habe es unterbewusst mal richtig gemacht. So, jetzt fahren wir auf die Kurve zu. Dann sieht man, der Punkt ist erreicht. Wir treten volles Brikett in die Bremse und dieser Bremsvorgang ist wirklich sehr, sehr kurz. Also der ist wirklich minimal. Also man denkt, wenn man langsam sich die Sachen anguckt, dass das ein halbes Leben dauert, aber wir sind wirklich nur ganz, ganz kurz auf der Bremse, schalten Eingang runter, lassen den reinlaufen und dann ist das Schöne, ich kann euch das immer gar nicht beschreiben, wie sich das anfühlt, aber es ist so, das Auto schmiert sich einfach so wie so eine, wie so ein Vogel durch den Wind, so geht das nach oben und dann sieht man hier, man geht, man zieht den so ganz leicht, zieht man den rum. Ich stehe auch noch ein bisschen auf der Bremse, weil ich mir eine Hose gekeckert habe wahrscheinlich und dann bin ich auch schon wieder auf dem Gas. Das heißt, ihr schießt den richtig rin, lasst den hochlaufen und dann trittst du wieder auf den Pinsel und dann beschleunigst du wieder raus. Und dann ist die Runde eigentlich abgeschlossen und ihr fahrt jetzt auf einmal alle 1,53,8 oder so. Oder vielleicht auch schneller, mich würde das freuen. Also wenn wir uns das jetzt nochmal in schnell angucken, also in normaler Geschwindigkeit, ja, wir kommen jetzt hier hochgeballert, volles Brikett, jetzt Steinschleuder, reinfeuern, laufen lassen und Gas geben. Es ist wirklich, wenn ihr das hinkriegt, ich weiß nicht, ob, also Menschen, die jetzt auch diese Zeiten fahren und auch so, also weitaus schneller sind, findet ihr auch das, was eine der schönsten Kurven ist, weil du den da einfach wirklich so und dann geht er da hoch und dann kannst du aufs Gas gehen. Was halt hier immer so ein schöner Indikator ist, ob alles funktioniert hat, ihr hört, ob er rutscht. Also man kann wirklich hören, ob er sich nach draußen treibt, dann war es zu schnell oder noch ein bisschen, also es war zu schnell, wenn man noch mit der Bremse so ein bisschen nachkorrigieren muss, wenn es optimal läuft, ne, wenn es wirklich optimal läuft, dann rutscht da gar nichts. Dann ist das wirklich, hier war ein bisschen Rutschen drinnen, aber du kannst halt dann an der Stelle auf den Pinsel gehen. Es ist jetzt nicht so, als wenn er volles Brikett, ne, schiebt. Also das war schon sehr gut getroffen an der Stelle und dann fährst du über Start und Ziel und dann bist du eine 1,53, 8 gefahren an der Stelle. Also hier nochmal für euch, wir haben uns die Runde angeguckt, ja, Runde, äh, das ist diese 1,53, 8 sind wir da gefahren. Also, da geht schon, äh, einiges. Ich hoffe, dass euch das so ein bisschen, äh, geholfen habt und dass ihr damit ein bisschen was anfangen könnt, eure, äh, Zeiten zu verbessern. Lasst mich das doch gerne wissen, äh, ob in irgendeiner Form eure Zeiten sich verbessert haben oder, äh, ob ihr schlechter geworden seid oder ob ich ein Pappkopp bin und überhaupt gar keine Ahnung habe. Äh, lasst mich das einfach in den Kommentaren wissen und, äh, wenn ihr Vorschläge habt, wo man noch ein bisschen schneller werden kann, wäre ich euch auch sehr dankbar, weil ich bin definitiv noch nicht am Maximum angekommen und, äh, ich möchte mich auch sehr gerne verbessern, also, immer her damit. Wie gesagt, das Setup für, äh, den Honda werde ich unten in die Videobeschreibung reinpacken, äh, äh, dann könnt ihr euch das angucken und, äh, vielleicht euch da dann auch, äh, zulegen und kaufen, weil das ist ein, äh, Setup, was man, äh, kaufen muss an der Stelle. Ansonsten, wenn ihr das auf andere Autos übertragt, wie gesagt, visuelle Punkte für euch suchen, ne, finden und der Rest ist relativ identisch. Also so ein bisschen auf der Bremse, seid nicht bremsfaul, korrigiert das so ein bisschen gegen, dass ihr sich reinziehen kann, benutzt Curbs, wenn, wenn sie da sind. viel Spaß beim Trainieren. Vielleicht sehen wir uns, äh, auf der Rennstrecke, ich würde mich freuen und bis dann. Tschö.